also ja servus leute also ich habe ja ziemlich viele anfragen bekommen wegen meinem 722 video was am ort genau gemacht ist wie es also aufgebaut ist ja total viele fragen welche fähig rechtsfahrwerk und so weiter deswegen machen wir das video das auto ist noch relativ so wie es war er ist noch total dreckig und so hatte noch keine zeit zweites erst vor zwei wochen der ist der daniele der hat servus hat selber an die 36 328er den haben wir letzten winter zusammen aufgebaut auch in silber aber limo auch richtig schönes auto da werden wir dann wahrscheinlich auch mal ein video machen wenn es euch interessiert und ja dann hier der filmt es mich mal ein bisschen wie ich das erkläre und stellt dann auch fragen falls dich was interessiert oder so kennt sich genau ein bisschen aus bisschen ja das ist etwas gelernt und genau zu beginn erst mal ein paar key facts zum auto also es ist ein 36 3,2 liter m3 original original motor nichts geändert gewicht weiß ich jetzt noch nicht das letzte gewicht weil ich ja wie gesagt noch ein bisschen was oder sage ich noch ein bisschen was geändert habe aber ich schätze so 12 150 150 so was würde ich jetzt mal schätzen sonst weil denke das ist hier 320 ps handschalter dazu später mehr vorne habe ich ein gt schwert hatte ich das ganze jahr nicht beziehungsweise hatte anfang des jahres schon mal eins ist dann weg geflogen weil es und gfk nachbau war das lernt man ja auch immer so im motorsport kaufst du billig kaufst du zweimal deswegen habe ich jetzt hier das originale t-shirt ist auch nicht weg massiv das problem ist nur die ganze schürze wackelt hier ein bisschen aber das werde ich noch beheben dann für nächstes jahr dann habe ich von tms eine kooperation mit denen die sind ganz cool da könnt ihr euch gerne melden wenn ihr teile braucht 3d gedruckte teile habe ich hier so die richter mit einem 70 mm schlauch oder 75 also relativ groß zur bremse mit ankerblechen für die belüftung genau ok cool hier habe ich zugemacht kann man theoretisch auch noch belüftung jetzt habe ich gleich mal eine frage bezüglich der belüftung bist du davor ohne bremsbelüftung gefahren oder oder hast du das von anfang an gehabt also am anfang hatte das auto die originale belüftung dann hast du hast das geupgradet und merkst du dann unterschied ja ich hatte das problem letztes jahr hatte dass ich auf dem hockenheimring gefahren bin mit der großen sechs kolben bremsanlage da ist dann die bremsflüssigkeit hat zum kochen angefangen und dann bin ich ins kiesbett das kann ich ja noch mal schnell einblenden oder so ist aber nichts passiert vor mir war halt ein langsames auto musste ich schon mal links ausweichen ok so war relativ heikel dann habe ich gesagt da muss ich irgendwas machen für die nordschleife brauchen wir es nicht weil da sind wir immer so schnell aber jetzt gerade zu anderen strecken das heißt wir kriegen hockenheimring oder bullring also brems intensivere strecken genau ok ok zur bremse kommen wir auch dann gleich noch ansonsten eher optik oder schwarze nieren hier platzt die farbe natürlich von den steinschlägen ab steinschläge generell großes problem ich habe hier auch eine gfk motorhaube ja ja jetzt wird schon interessanter ja die ist auch nicht so steinschlag resistent wie man ja mein ja gut gehört dazu aber ist natürlich schon ein recht massiver umbau dann mit mit den gfk teilen ich habe die halt immer so zusammen gekauft was man so findet oder wenn ein kumpel was irgendwie verkauft hat und merkst du da einen unterschied in der summe glaube ich schon als es ist so nur die motorhaube habe ich jetzt einzeln gewechselt die habe ich jetzt nicht unbedingt so gemerkt ich meine ich weiß auch nicht was die originale wiegt aber man spart sich vielleicht zehn kilo oder okay mehr ist ja schon viel auf der vorderachse ja gerade bei tourifahrten wo du immer verkehr hast ich sag immer man kann nur wissen ob was gebracht hat rein an der zeit also vom feeling her klar kann es auch schon sein aber es kann sich richtig geil anfühlen und schnell anfühlen und am ende fährst du zehn minuten oder so verstehe 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 aber ich glaube in summe bringt es dann schon ich habe ja dann auch noch Türen kommen wir auch noch dazu okay ja da können wir ja nachher dann drüber quatschen okay also dann gfk haube und kutflügel kutflügel serie serie okay also gibt es auch vom gt okay vom m3 gt aus alu also vom originalen m3 gt genau kräftig ausgift kein nachbau okay weiß ich aber nicht wie sowas so hält habe ich keine erfahrung damit ich glaube dass die eh nicht so viel wie ich will dass die spaltmaße noch einigermaßen passen ja also mit der haube bin ich echt zufrieden von den maßen wird wirklich schlimmeres ja also die schaut wirklich gut aus könnte könnte auch ab werk so sein ja der kira hat nicht so gut aber das ist ein anderes thema genau deswegen lasse ich die jetzt einfach so serie ich glaube das reicht okay dann machen wir weiter mit den felgen das ist die project ist auch ein kumpel bekannter mit dem ich eine kooperation habe eigentlich fahre ich auch werbung für ihn nur jetzt habe ich wie gesagt mein auto an den seiten neu lackieren lassen jetzt mussten die aufkleber leider weichen vorerst die kommen jetzt aber wieder drauf also du hast eine kooperation mit project und genau bist auch fan davon ja genau ich bin davon überzeugt also ich habe da auch wirklich gedacht dass die leichter sind nochmal ein bisschen gerade so über kerbstrieber oder so ich wollte auf jeden fall schwarze felgen ja hat finde ich richtig gut mit dem silber ja schaut extrem gut aus die ganzen leisten und so alles schwarz ist ja das schaut echt gut aus reifen dimension also die felge ist eine 9 x 17 et 30 ok mit 235 45 17 die retzer ok und nochmal ich weiß nicht 12 oder 13 spurplatten ok schleift auch also das ist normal das gute hier vorne ist schon ein bisschen der lack abgeplatzt weil das ist halt alles ein bisschen ja gerade karussell das ist jetzt der co auf dass der rad kommt hier nach vorne und weil das ist halt gehört dazu richtig gefickt dann ja so muss das sein ok dann wenn man hinter die bremse hinter die felge schaut sieht man genau eine recht große bremse erklär doch mal was du da hast genau da habe ich auch schon mal ein video dazu gemacht das ist die v max ist ja wie gesagt baugleich mit der ap racing die haben die quasi einfach nur die rechte gekauft und produzieren die ist preis leistungsmäßig richtig gut ok hält auch richtig die meisten sagen es reicht eine serienbremse oder von e46 irgendwas mit guten belegen und scheibe ok machen ja viele aber wir fahren ja oder ich fahr ja auch woanders also ich fahr ja auch wie gesagt tockenheim ring und da brauchst du schon ein bisschen mehr bremseleisterung um auch die hitze weg zu kriegen und so weiter belege fahr ich jetzt momentan die pagit rst 3 sind die roten sind ziemlich scharfe belege die gehen auch richtig gut auf die bremsscheibe aber die bremsen nicht richtig richtig gut okay spaß und sind auch vergleichsweise günstig also gerade für die bremsanlage sind irgendwie alle belege ein bisschen günstiger ok ok er ist ja positiver nebeneffekt keine frage ok zweiteilige bremsscheibe mit 330 mm durchmesser ist auch gut weil dann kann man einfach die den reibring wechseln topf bleibt und ich habe ja vorhin gesagt ich hatte meine sechs kolben drauf die sechs kolben bmw amp performance irgendwie so hieß die gelben ja genau ja auch riesengroß hat auch mega geil ausgeschaut kann ich vielleicht noch ein bild einblenden aber da war das problem des abs also das hauptproblem war das abs es ist damit einfach nicht klar gekommen vor allem auf der nordschleife nicht ja mega gut gebremst okay auch endless belege richtig gute drauf okay haben ewig gehalten gerade mit dem geringen fahrzeuggewicht okay also rein theoretisch eine richtig leistungsstarke bremse aber abs ging halt sofort immer ans bremspedal wurde hart okay ich wusste hatte voll also kein vertrauen ins auto dachte immer jetzt haben wir wieder geradeaus weil also auf der nordschleife so gerade mal ganz gerade nach dem sprunghügel oder so konnte ich nicht mehr bremsen also habe ich da noch nicht mehr ich musste vorher schon so viel verzögern okay weil durch den sprung und diese große bremse ist alles nicht mehr klar dann habe ich mal das probiert und dachte wenn das nicht funktioniert dann baue ich halt auch wieder auf serie aber auch dass es jetzt funktioniert hat okay also du bist bist happy mit deinem theoretisch rückschritt von sechs kolben auf vier kolben wo jeder sagen würde warum macht mir das aber eigentlich funktioniert das viel besser genau okay cool dann noch zur vorderachse das eigentlich alles dann serienmäßig ich glaube das sind die querlenker vom 3 0 m3 drin oder da kenne ich mich nicht so genau aus auf jeden fall habe ich die exzentrischen querlenker lager diese augen ja die hast du verbaut okay also da ist nichts ungebot oder sonst was okay ja stabis stabi habe ich einen ac schnitze okay der war schon verbaut ist glaube ich auch nichts anderes wie h&r ok sich da glaube ich nicht viel okay eingetragen h&r ist also der klassiker eigentlich ac schnitze habe ich jetzt nicht gehört aber scheint zu funktionieren ja okay kommen wir zum motor hier am motor gibt es eigentlich nicht viel zu sagen ist alles serienmäßig leider keine airbox ja das hier ist nur so ein temperatursensor damit ich temperatur im innenraum habe sieht man zelle bis auf die dünne dazu kommen auch später noch mehr wenn wir im innenraum zeigen und das beste was ich am auto finde das fahrwerk ein competition zweifach fahrwerk mit custom racetech setup und ich bin vorher ein klubsportfahrwerk gefahren in meinem alten treffen für zwanzig ist einfach unterschiedliche teile nach aber halt für straße also für straße kannst du eigentlich vergessen finde ich ich war ja auch nur im hänger immer und das kannst du vergessen an domstrebe habe ich jetzt keine weil ich da immer zu den einstellungen in die ich hingekommen bin weil die hier so drüber gegangen ist und war ganz komisch deswegen habe ich die gleich ganz weg gemacht dann fahr jetzt einfach erstmal ohne oder holt mir im winter wieder eine ja dann hier habe ich einen motorsport lüfter verbaut mit einem schalter im innenraum kühler ist serie jetzt haben wir gerade schon die gfk haube gesehen das habe ich vor kurzem für das letzte mal fahren am ring jetzt noch mal gfk die türen eingebaut mit makaroni scheiben ok Fenster also ja die sind jetzt verschlackiert worden ist noch nicht alles hundertprozentig fertig ich will noch neue scheiben rein machen lassen ohne schrauben dann hier standen so richtig fiese schrauben raus und so habe ich versucht bisschen schöner zu machen dann will ich halt geklebte scheiben ok also dann kommt hier auch wieder die protek werbung drauf ganz wichtig und vom schließen es geht eigentlich jetzt in grenzen manchmal so ein bisschen fester zu hauen so geht es hier muss man halt immer oben die scheiben ein bisschen rein drücken wenn man es nicht macht dann bleibt die scheibe halt hier außerhalb und das sind halt so nachteile wenn man so auch spielereien einbaut ja klar das ist halt einfach der nachteil wenn man dann so ein bisschen anfängt zu basteln ja das ist die gefahr dabei aber schaut extrem gut aus und bringt natürlich auch was oder das habe ich extrem gemerkt also gewichtsmäßig ist es richtig gut ich habe hier auch eine waage da wiege ich immer meine teile wenn ich sie einbauch da hängt schon der sitz ja also die schaut jetzt ziemlich alt aus aber die funktioniert wirklich ok wir haben es schon getestet ok weißt du hast du das noch im kopf was der unterschied war ja also der sitz hier wiegt jetzt zum beispiel 17 kg weil da die ganze konstruktion hier unten so krass schwer ist das war vom vorgesetzer irgendwie so ein eigenbau dann habe ich natürlich auch die türen geborgen die liegen jetzt noch hier direkt unter der waage schaut jetzt nicht so schön aus wie kann ich einblenden ich weiß nicht mehr genau ich habe das alles verfolgt bzw gepost auf instagram ich glaube dass ich mir jetzt so 40 kg 45 kg durch die türen gespart habe für beide seiten für beide seiten ja das ist natürlich schon nicht wenig also bei die gfk-türen haben gewogen 6 kg oder so und die originalen haben gewogen eine 22 kg knapp über 20 waren es ja mit scheibe genau ja das ist schon deutlicher unterschied ja merkst du das auch in der kurve dann wenn du jetzt eine schnellere kurve fährst jetzt so flugplatz die erste rechts als beispiel merkst du dann dass das auto dann irgendwie doch bisschen leichter ist also ich habe es jetzt nicht da könnte ich vielleicht noch ein bisschen schneller fahren ich habe es jetzt gemerkt dass das auto einfach sicherer ist also man fährt man lenkt halt ein und es rutscht halt noch weniger ok als es eh schon rutscht und du merkst halt denkst du jedes mal so oh es fährt eigentlich leicht füßig durch und so es wäre jetzt noch schneller hier zum inneren kommen wir dann später hier drin ist es ein bisschen so dunkel da müssen wir jetzt gleich dann raus fahren machen wir noch ein paar rolling shots schauen wir ob wir das hinkriegen dann hinten auch Plastikscheiben dann bessere qualität wie vorne die man auch sieht die sind jetzt seit einem jahr alt und sind haben noch keinen kratzer ok obwohl immer alle sagen die kratzen immer ja ja sind auch eintragbar beziehungsweise sind natürlich eingetragen sind schon eingetragen ok ja gut war ja klar hier auch professionell ge verliert von mir persönlich ja deswegen nur die geraden stellen weil die kurve war schon zu schwierig ok ok das ganze auto wird eh neu verliert kann ich jetzt schon mal sagen oh ok da haben wir oben und alles schön gemacht also eine vollfolierung geplant oder was? ja genau zum design genau wahrscheinlich also steht noch nichts genaues fest ok besser was hinten auch eine scheibe aus Plastik die habe ich einmal ringsrum geklebt aber ich habe dem ganz nicht so vertraut deswegen habe ich einfach noch ein paar Löcher reingejagt und vier Schrauben auf jeder Seite zwei Stück reingemacht sicherheitshalber weil der Kumpel hat gesagt er hat schon gesehen dass die Scheiben weg geflogen sind gerade wenn man das Fenster offen hat bei den alten Türen jetzt hat man schon gesehen im Rückspiegel dass die extrem zum flattern anfängt ok dann hier Gronert hier ist eine Firma mit Hauer Firma aus München die mich auch unterstützt dann überspringen wir mal kurz die Hinterachse ok zum Spoiler auch hier Klasse 2 Nachbau hier sieht man noch richtig schön dreckig alles hinten also das Auto ist einfach hier abgestellt worden wird jetzt im Winter noch ein bisschen was gemacht erst gewaschen dann noch viel umgebaut deswegen erstmal so hingestellt der Heckdeckel ist tatsächlich noch aus Blech da habe ich aber auch schon einen anderen da der muss noch lackiert werden und eben diese GFK und Carbon Teile die haben einen extrem hohen Aufwand zum vorbereiten für den Lackierer ja und sonst ist eigentlich nichts besonderes ähm ja hier ein Reuter Motorsport Endschalldämpfer der ist halt eingetragen fände ich optisch ganz cool jetzt sind wir jetzt bei der Hinterachse gleiche Reifen wie vorne gleiche Felgen wie vorne also alles gleich originale Lager hauptsächlich bis auf ähm ja diese Querslenker da diese Sturzstrebe ist Uniball von Custom Racetech ein Teil dann hier Längslenker ist Uniball die Koppelstangen eine Stabil sind alle Uniball auch vorne ringsrum Tonnenlager also die Hinterachse an sich ist starr gelagert ähm ja das Diff ist MPU gelagert Diff können wir auch kurz sagen habe ich jetzt ein Falk Diff mit 3,91 mit 92 ich weiß nicht Übersetzung und 45% Sperre ohne Vorspannung äh da drüben kann man kurz zeigen neben der Wassertoll ist schon mein neues Diff äh werde ich auch mal ausprobieren einfach mal mit einer anderen Übersetzung muss ich ein bisschen spielen viele sagen 3,91 ist die beste viele tragen sagen äh 3,64 62 ist das beste mei mit dem Diff was jetzt drin ist muss ich halt extrem oft schalten das nervt mich halt Bründchen äh runterfahren vor dem runterfahren schon mal in dritten schalten dann unten in vierten schalten dann oben vor Eiskurve wieder runter schalten man ist so oft am schalten wo ich mir denke man muss jedes mal dafür vom Gas gehen und so ob es da nicht besser ist da einfach ein bisschen höher also größer zu übersetzen und dann länger zu übersetzen sorry und dann im Gang bleiben dann noch Bremse ganz kurz ist kein Highlight ist eine 46 M3 Bremse der großen Scheibe mit der 328er Durchmesserscheibe Belege nichts anderes bin ich immer am testen immer was anderes hatte ich schon Endless drauf Puget RSL 29 RST3 dann ja PFC ich hatte schon alles drauf und bin halt am testen manche sind halt extrem geil die bremsen richtig krass in die Kurve rein also da musst du echt aufpassen dass sich im Kurven eigentlich nicht dreht manche merkst gar nicht dass die hinten bremsen ich glaube wenn ich mal rumspiele dass ich so einen Mittelweg halt finde äh ja gut dann haben wir jetzt alles von außen soweit ähm dann würde ich sagen jetzt fahren wir einfach mal raus es ist bisschen heller draußen äh dafür noch kälter hier drin und machen dann den Innenraum